Moin Leute und herzlich willkommen zu... Die Webcam steht heute ein bisschen tiefer als sonst. Äh, jetzt egal. Also, ich möchte euch ein bisschen informieren über den aktuellen Lagerbericht. Ihr merkt, es kommen keine Videos mehr von mir. Das ist ganz einfach dran, ich komme grad zeitlich wirklich nicht hinterher, muss für die Schule irre viel machen. Außerdem bauen wir grad im Haus ein bisschen um mich bekommen ein neues Zimmer. Dann würde ich die kleine Bude hier los und kriege eine richtig schöne Zockerbude. So geil unter dem Dach. Und ja, ihr werdet es schon sehen. Äh, was ich dann hier noch sagen möchte, ist, dass... Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis noch damit. Ich habe ja auch schon angekündigt, ich werde die Woche noch nichts mehr machen. Hochladen werde ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was, aber das kann ich auch nicht versprechen. Ähm... Sollte hier nichts mehr kommen, dann möchte ich mich entschuldigen dafür, dass ich euch so ewig lang warten lasse. Wir sehen uns dann einfach, wenn ich wieder was hochlade... Das wird spätestens... Spätestens... Am Montag den 23.06. sein. Bullshit, das ist der 24.06. Ah Gott. Egal. Es wird am 24.06. sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch einschaltet, euch das anseht. Bis dahin wünsche ich euch dann eine schöne Zeit. Adieu. Egal. Egal.